Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Loslassen, verabschieden, kündigen oder von etwas trennen. Oktober 2017 Es sind wichtige Prozesse in unserem Leben, weil oft sind es die Hindernisse und davon sollten wir verabschieden. Aber nicht jeder Tag eignet sich dafür und da gibt es auch ein Energiefeld. Es ist unmöglich das Verallgemeinen, weil jeder Mensch befindet sich in einer anderen Lebenssituation und möchte von etwas anderes. Trennen oder muss loslassen oder verabschieden. Also es ist sehr wichtig, das persönlich vermitteln. Ich könnte sagen, Maßgeschnitten anfertigen bzw. berechnen. Diese Art von Rat, diese Art von Beratung nenne ich als Blitzberatung. Wie funktioniert ein Blitzberatung? Sie schreiben mir ein E-Mail. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein E-Mail-Adresse. Bitte dazuschreiben, loslassen, Oktober 2017. Ich benötige noch dazu die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Sie können auch beschreiben, von was möchten Sie verabschieden. Aber das muss auch nicht sein. Ich erkenne das von Horoskop, weil ich erkenne diese Hindernisse. Aber bitte nur eine Frage stellen. Das kostet 10 Euro. Ich werde die E-Mails persönlich blitzschnell beantworten. Und dann erkennen Sie die Hindernisse, auch ein Abschied, eine Trennung, eine Kündigung und auch die Tagen, wann ist es günstig, das auszusprechen. Wann ist diese Kraft da? Und ein Rat diesbezüglich ist natürlich Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.